hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video polizeikontrolle ballen gries das schriftliche urteil wie die allermeisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben wurde ich anfang 2021 während der nächtlichen ausgangssperre in bayern von der polizei angehalten und kontrolliert diese kontrolle habe ich damals aufgezeichnet und hier auf meinem youtube-kanal veröffentlicht weswegen ich am 29 4 2021 vom amtsgericht ingolstadt zu einer geldstrafe in höhe von 3.375 euro wegen angeblicher verletzung der vertraulichkeit des wortes verurteilt wurde es ging also im endeffekt weder um die beleidigungen gegenüber könig söder die ich während der kontrolle geäußert hatte weil der blöde söder es sagt nur weil so ein penner wie der söder das sagt noch um eine verletzung der damals geltenden ausgangssperre direkt nach der damaligen gerichtsverhandlung haben mein anwalt dirk sattelmayr und ich ja schon ein kurzes video zu dem gefällten urteil gedreht das ich ein paar tage später auch hier auf meinem youtube-kanal veröffentlicht habe und wie in diesem video angekündigt haben wir nach erhalt des schriftlichen urteils berufung eingelegt bislang allerdings noch keinen termin für die nächste gerichtsverhandlung mitgeteilt bekommen sobald es da neuigkeiten gibt gebe ich das natürlich bekannt ja und wie man anhand des titels dieses videos schon erahnen kann werde ich heute das schriftliche urteil vorlesen und an manchen stellen werde ich auch meinen senf dazugeben jedenfalls solltet ihr euch dieses urteil das teilweise so wirkt als sei es von einem fünfklässler mit extremer rechtschreib und formulierungsschwäche oder eben von borats bruder billow geschrieben worden nicht entgehen lassen bevor ich das urteil jedoch vorlese zeige ich euch noch kurz wo genau die polizeikontrolle stattgefunden hat vor einem jahr genauer am 4 januar 2021 um 21 45 hat hier in ballen gries während der damals in bayern geltenden ausgangssperre die berühmte polizeikontrolle stattgefunden und genau hier wo ich jetzt stehe stand während dieser kontrolle mein auto und damit ihr das urteil das ich euch gleich vorlesen werde besser nachvollziehen könnt beziehungsweise euch das alles ein bisschen besser bildlich vorstellen könnt zeige ich euch jetzt einfach mal wie es hier um den tatort herum so aussieht ja wie ihr feststellen konntet hat die polizeikontrolle am rande eines wohngebietes also eindeutig in der sogenannten faktischen öffentlichkeit stattgefunden und das audio und videoaufnahmen in der faktischen öffentlichkeit nicht strafbar sind beziehungsweise nicht gegen den paragrafen 201 stgb verstoßen ist übrigens anhand der überwiegenden rechtssprechung der amts- und landgerichte entschieden worden und auch mein verteidiger diok sattelmayr hat in der jüngeren vergangenheit dahingehend wieder zwei freisprüche erwirkt den paragrafen 201 stgb um den es bei der sache geht den schauen wir uns jetzt auch noch kurz an und im anschluss lese ich dann das schriftliche urteil vor paragraf 201 verletzung der vertraulichkeit des wortes satz 1 mit freiheitsstrafe bis zu drei jahren oder mit geldstrafe wird bestraft wer unbefugt erstens das nicht öffentlich gesprochene wort eines anderen auf einen tonträger aufnimmt oder zweitens eine so hergestellte aufnahme gebraucht oder einem dritten zugänglich macht die tat nach satz 1 nummer 2 ist nur strafbar wenn die öffentliche mitteilung geeignet ist berechtigte interessen eines anderen zu beeinträchtigen sie ist nicht rechtswidrig wenn die öffentliche mitteilung zur wahrnehmung überragender öffentlicher interessen gemacht wird so kommen wir nun zum schriftlichen urteil warnung wer beim lesen bzw hören extrem schlecht formulierte texte und beim sichten von rechtschreibfehlern auf fünfklässlern niveau dazu neigt ohren bzw augenkrebs zu bekommen sollte dieses video jetzt beenden urteil in dem strafverfahren gegen gerloff martin wegen verletzung der vertraulichkeit des wortes aufgrund der hauptverhandlung vom 29.04.2021 erstens der angeklagte ist schuldig der verletzung der vertraulichkeit des wortes zweitens er wird daher verurteilt zu einer geldstrafe von 75 tagessätzen zu je 45 euro drittens der angeklagte trägt die kosten des verfahrens gründe erstens der angeklagte lebt davon energieverträge für firmen selbstständig zu vermitteln wobei er angibt ein einkommen zwischen euro und euro zu haben seine ehefrau arbeitet ebenfalls die beiden haben keine kinder der angeklagte ist nach eigenen angaben gesund gelernt hat der angeklagte fern sprachen korrespondent und auch angefangen englisch zu studieren dieses studium jedoch abgebrochen der angeklagte ist nicht vorgeahndet zweitens am 4.01.2021 wurde der angeklagte der trotz ausgangssperre ab 21 uhr noch unterwegs war durch die beamten pm und pm an der ecke winzerstraße eichstätterstraße in 92339 ballen gries mit seinem fahrzeug angehalten das anschließende gespräch mit den beamten währenddessen der angeklagte sich zusammen mit seiner ehefrau in seinem pkw befand und in dem unter anderem die zum damaligen zeitpunkt verhängten ausgangsbeschränkungen aufgrund der corona pandemie thematisiert wurde nahm der angeklagte ohne einverständnis der beamten mit seinem smartphone auf video auf das entsprechende video lud der angeklagte am sechsten ersten 2021 auf der internetplattform youtube in seinem kanal martin investigativ hoch wo es bis zum stand der hauptverhandlung etwa sechs millionen mal aufgerufen wurde das stimmt nicht ganz laut staatsanwältin waren es insgesamt also auf allen internetplattformen und messengern circa sechs millionen klicks auf meinem youtube-kanal waren es bis dato circa 1,4 millionen klicks was der angeklagte zumindest billigend in kaufnahme strafantrag wurde form und frist gerecht gestellt drittens dieser sachverhalt steht fest aufgrund der eigenen einlassung des angeklagten sowie den uneidlich einvernommenen zeugen und stellt sich dar wie tenoriert hier eine kleine anmerkung zum besseren verständnis also der zeuge um den es jetzt geht ist keiner der beiden polizisten die mich kontrolliert hatten sondern lediglich deren kollege der den fall polizei intern aufgenommen bzw bearbeitet hat von den kontrollierenden polizisten war nur einer als zeuge anwesend was das sollte man kann es nur vermuten also ich habe da eine theorie aber die spielt jetzt keine rolle jedenfalls wenn wir dafür sorgen dass beim nächsten gerichtstermin beide kontrollierenden polizisten anwesend sind und diesmal dann auch meine frau als zeugin der angeklagte hat angegeben in frankfurt am main einen vertrag abgeschlossen zu haben und sich wegen eines verkehrsstors auf dem weg nach hause verspätet zu haben somit hat er einen triftigen grund auch nachbeginn der ausgangssperre unterwegs zu sein er hat die polizeibeamten auch gefilmt wobei einer der beamten gesagt habe dass dies nicht verboten sei außerdem müssen die beamten das smartphone im blick gehabt haben das gut sichtbar auf der konsole positioniert gewesen sei das stimmt so nicht ich habe zwar gesagt dass das handy gut sichtbar positioniert war ich habe aber nicht gesagt dass die polizeibeamten das handy oder das smartphone gesehen haben müssen also so habe ich das definitiv nicht formuliert daher ging er vom einverständnis der beamten aus ihn habe schon gewundert dass die beamten ihn verfolgt hätten sie hätten hierbei mindestens 160 kmh bis 200 kmh fahren müssen um ihn in seinem fahrzeug noch einzuholen er sei der meinung so etwas müsse man festhalten und daher habe er das dokumentiert er sei hobbyjournalist und ihm seinen entscheidungen insbesondere aus frankenthal bekannt wonach tonaufnahmen insofern auch in ordnung sein er habe das video auch hochgeladen in seinem kanal um die thematik im sinne der rechtssprechung des amtsgerichts frankenthal zu dokumentieren wobei er sich vorher schon informiert habe über die thematik auch juristisch er sehe die verkehrskontrolle auch nicht als privat an ja wie realitätsfreund muss man denn auch sein dass man eine polizeikontrolle als privat ansieht er sei lediglich vor seiner wohnadresse aufgehalten worden der zeuge gab an dass man streife gefahren sei und dann sei der streife der pkw in dem der angeklagte und seine frau gesessen sei entgegen kommen man habe sich zu einer allgemeinen verkehrskontrolle entschieden und den angeklagten angehalten er habe den angeklagten vorher nicht gekannt und nach dessen papieren gefragt grund für die kontrolle sei auch gewesen dass es bereits 21 uhr 45 gewesen sei und somit während der ausgangssperre der angeklagte habe gesagt er habe einen grund wolle diesen aber nicht nennen dann habe der hinter ihm stehende kollege ihn darauf aufmerksam gemacht dass an der mittelkonsole ein smartphone mit einer laufenden kamera gewesen sei dies habe der zeuge vorher nicht bemerkt da er direkt am fahrzeug gestanden habe und so weit in das fahrzeug nicht hinein sehen können er habe nicht mitbekommen dass der kollege diesbezüglich den angeklagten gefragt habe das schauen beziehungsweise hören wir uns doch kurz mal an ja darf ich das nicht unglaubwürdiger geht es wirklich nicht er nimmt den kfz-schein entgegen sein kollege kommt und fragt direkt danach nach übergabe ob ich mich gerne selber filme und diese laut gestellte frage soll er nicht mitbekommen haben aha klar das hätte zwar meine schwerhörige urgroßmutter mitbekommen aber er natürlich nicht weil er hat höchstwahrscheinlich den kfz-schein entgegen genommen und es weggerannt aber lasst uns das noch mal anschauen und achtet mal darauf wann der erste polizist in den kfz-schein entgegen nimmt und wie kurz darauf der zweite polizist die frage stellt und in welcher lautstärke der angeklagte habe allerdings auch seine frage auf frage des zeugen ob er filmen würde eine handbewegung in richtung der konsole gemacht wodurch der zeuge davon ausgegangen sei dass der angeklagte die kamera abgestellt habe aha jetzt hat er die frage auf einmal doch mitbekommen das klang eben noch ganz anders was allerdings schockierend war ist dass der richter vor gericht nicht einmal darauf eingegangen ist dass der polizeibeamte sich ja widersprochen hat das betrifft übrigens noch einen anderen punkt aber zu dem kommen wir später der polizeibeamte konnte also sagen was er wollte einmal version a dann version b und der richter hat das einfach ganz gelassen zur kenntnis genommen hat nicht einmal irgendwas gefragt oder nachgehakt oder so ich bin mir sicher dass er mich gefragt hätte ob ich auf drogen bin oder war oder wie auch immer aber der polizeibeamte wurde komplett in ruhe gelassen aber auch hier in dem schriftlichen urteil ist davon nichts zu lesen dass es eigentlich ein widerspruch darstellt zu dem was vorher gesagt wurde er selbst habe eine einwilligung zum filmen nicht gegeben es sei auch kein anlass mehr gewesen da davon ausgegangen worden sei dass eben die kamera aus gewesen sei ich fasse mal kurz zusammen erst hat der polizist ausgesagt dass er die frage bezüglich des filmens nicht mitbekommen hat und dann sagt er aus dass er nach dieser frage die er ja angeblich nicht mitbekommen hat eine handbewegung richtung mittelkonsole wahrgenommen hat die er als abschalten der kamera interpretiert hat aha das display selber habe der zeuge nicht gesehen er sei am fenster gestanden das heruntergekurbelt gewesen sei die fahrertüre sei allerdings geschlossen gewesen er habe hauptsächlich mit dem angeklagten geredet allerdings auch einmal mit der frau er habe nur eine handbewegung gesehen wobei er davon ausgeht dass auch die innenbeleuchtung angewesen sei auf konkrete frage ob der kollege das film genehmigt habe antwortet der zeuge dass er dies nicht wahrgenommen habe im nächsten absatz geht es noch mal um den kollegen der während der polizeikontrolle nicht anwesend war also der den fall polizei intern aufgenommen hat der zeuge gab an dass er ein video im internet gesehen habe das insbesondere auch beleidigungen zum nachteil des ministerpräsidenten enthalten habe und eine verletzung der vertraulichkeit des wortes enthalten habe der ministerpräsident habe allerdings keinen strafantrag gestellt die kollegen die vor ort gewesen seien hätten allerdings strafanträge form und fristgerecht gestellt der angeklagte sei zu einem vernehmungstermin nicht erschienen man habe allerdings das video gesichert das video wurde in der hauptverhandlung im wesentlichen in augenschein genommen viertens nach all dem liegt zumindest eine verletzung der vertraulichkeit des wortes gemäß § 201 strafgesetzbuch vor erstens das gesprochene wort war auch nicht öffentlich hierbei kommt es auf die konkrete situation an wonach es eine verkehrskontrolle war die grundsätzlich nicht so gedacht war für eine öffentlichkeit gehört zu werden so so und das gesprochene wort von passanten in urlaubsvideos ist in der regel an die öffentlichkeit gerichtet oder was warum darf man diese videos denn bitte aufnehmen und hochladen ja richtig weil das gesprochene wort in der faktischen öffentlichkeit stattfindet und es dabei egal ist an wen das wort gerichtet ist abgesehen davon ist eine verkehrskontrolle die definitiv eine öffentliche handlung die von einer öffentlichen instanz durchgeführt wird und das dabei stattfindende gespräch ist dann privat oder wie bedeutet das also ich darf künftig bei polizeikontrollen sagen dass ich keine lust habe mich zu unterhalten und dann einfach weiterfahren weil ich ja selbst entscheiden kann mit wem ich ein privates gespräch führe oder wie hierbei ist auch zu sehen dass hieran nichts ändert dass die tat sich auf öffentlichem gelände zugetragen hat zum einen ist während dieser uhrzeit wie im ländlichen bereich amts bekannt insbesondere am tatort wie auch in ganz ballen grieß wenig los was insbesondere publikumsverkehr und passanten betrifft also obwohl das jetzt nicht wirklich eine rolle spielt bei der bewertung ob das jetzt die faktische öffentlichkeit ist oder nicht muss ich hier einhaken weil ich wohne direkt um die ecke und kann sehr wohl sagen dass da häufiger personen vorbeigehen und das war übrigens auch der fall als wir die szene draußen die ich am anfang dieses videos gezeigt habe gedreht haben also das ist einfach nur schwachsinn was da erzählt wurde dies umso mehr als zum zeitpunkt der kontrolle durch verordnung eine ausgangssperre ab 21 uhr verhängt worden ist was den schon geringen publikumsverkehr noch verringert hat zwar kann auch ein nicht öffentlich gesprochenes wort dadurch öffentlich werden dass es in öffentlicher situation etwa in einem gasthaus laut ausgesprochen wird hierfür war aber an die polizeibarmten gesprochenen worte nicht gedacht diese richteten sich erkennbar nur an den angeklagten und seine beifahrerin bei personen die zufällig gegebenenfalls die gelegenheit gehabt hätten was hier aber nicht der fall war der situation beizuwohnen hätte es sich nicht um zufällig anwesende im sozial üblichen rahmen gehandelt sondern da die zuhörerschaft abgeschlossen war um unbemerkte zuhörer um ungebetene lauscher vergleich thomas fischer strafgesetzbuch paragraf 201 rand ziffer 4 daher lag hier nicht öffentlich gesprochenes wort vor stellt euch doch mal vor jemand wird wegen erregung öffentlichen ärgernisses angeklagt und zwar aufgrund einer handlung am rande eines wohngebietes sagen wir mal um zwei uhr nachts an einem dienstag die nur im privaten raum zulässig ist da fallen mir persönlich ja direkt mal mehrere dinge ein glaubt ihr dass der richter diese person freisprechen und das so begründen würde dass die handlung nicht strafbar war weil um die uhrzeit am rande eines wohngebietes sowieso niemand mehr unterwegs ist und die handlung ja nicht an die öffentlichkeit gerichtet war wohl kaum warum weil die faktische öffentlichkeit sich ab einer bestimmten uhrzeit nicht zum privaten raum verwandelt und daran ändert übrigens auch eine ausgangssperre nichts es ist also nicht relevant wie eine handlung gemeint oder an wen sie gerichtet ist sondern einfach wo sie stattfindet zweitens dies wurde auch auf einen tonträger aufgenommen und dann sogar im internet verbreitet dies geschah auch unbefugt da ein einverständnis nicht vorlag es lag weder eine einwilligung insbesondere des zeugen vor zum anderen hätte die einwilligung von anfang an eingeholt werden müssen dies ist der grund warum journalisten vor interviews gleich zu anfang fragen ob einverständnis mit dem aufnehmen besteht zum zeitpunkt als der hinter dem zeugen stehende zeuge auf die frage des angeklagten ob das verboten sei doch geantwortet hat war die straftat allerdings schon vollendet durch aufnehmen moment der polizist hat mir ganz klar eine allgemein formulierte frage gestellt also er hat gefragt filmen sie sich gerne ich habe eine gegenfrage gestellt ob ich es nicht dürfe und er hat doch gesagt also hat er mir ganz klar sein allgemeines einverständnis zum selbst filmen gegeben er kann meines erachtens überhaupt nicht gemeint haben dass die aufnahme bis zu dem zeitpunkt nicht okay war weil sonst hätte er es ja gesagt er hätte dann gesagt ja löschen sie bitte die aufnahme bis dahin und ab jetzt ist in ordnung und da er das nicht getan hat hat er mir logischerweise sein okay gegeben stellen wir uns jetzt vor man ist in der disco jetzt gibt es da einen tänzer der tanzt einen mädel an und fasst ihr dabei mehrfach an den hintern und irgendwann fragt das mädel macht ihr spaß mir an den hintern zu grapschen und dann sagt er ja darf ich das nicht und sie sagt doch ja dann hat sie logischerweise auch das einverständnis für die vorherigen male gegeben hat einfach nur eine allgemeine frage gestellt ob sie ihm spaß macht also wenn man was dagegen hat dann äußert man das logischerweise und sagt nicht ja ist in ordnung also das ergibt überhaupt keinen sinn meiner meinung nach selbst wenn man allerdings rückwirkend eine genehmigung zuließe wurde diese ebenfalls vom vorne stehenden zeugen nicht ausgesprochen ja und wie stellt der richter sich das bitte vor soll also alles was ein polizist sagt vom anderen papagei artig nachgesprochen werden damit es dann gültigkeit erlangt oder wie abgesehen davon hat der polizist der den kfz-schein entgegengenommen hat ganz klar die frage mitbekommen wie wir eben gesehen haben nachvollziehbar hat der zeuge auch gesagt dass er das filmen zunächst nicht beobachtet hat es war nachvollziehbar dass eine direkt vor einem fahrzeug stehende person insbesondere die vollständige mittelkonsole nicht im blick hat nachdem der zeuge auf das filmen durch seinen hinter ihm stehenden kollegen aufmerksam gemacht wurde gab er an die handbewegung des angeklagten gewesen zu sein natürlich ist hier gemeint dass er meine handbewegung gesehen hat und nicht gewesen ist aber wer es nicht gemerkt hat das war schon wieder ein widerspruch also dass die erste version war dass er die frage des kollegen nicht gehört hat die zweite version war dass er eine handbewegung nach dieser frage die er nicht gehört hat wahrgenommen hat und interpretiert hat dass das das ausschalten der kamera gewesen sei und die dritte version die kam ja jetzt und zwar dass der kollege ihn darauf aufmerksam gemacht hat dass ich filme und dass er dann eine handbewegung wahrgenommen hat also ja warum dem richter das nicht auffällt und warum der richter das nicht äußert in dem urteil ist mir ein rätsel aber schauen wir mal weiter dies konnte während des filmes nicht verifiziert werden wobei der bildausschnitt nicht den angeklagten insgesamt zeigt und insbesondere ein teil des rechten armes nicht zu sehen ist also das ist wirklich unfassbar vorgericht haben wir uns die aufnahme angesehen und da war es ganz klar also der richter und die staatsanwältin waren sich einig dass es keine handbewegung gab die man hätte als ausschalten eine aufnahme interpretieren können und jetzt steht auf einmal sowas im urteil das ist unglaublich ob der zeuge sich um diesen punkt also irrt ist allerdings auch irrelevant da er jedenfalls ausdrücklich sein einverständnis nicht erklärt hat also ganz so einfach ist das jetzt auch nicht der polizist der den kfz-schein entgegengenommen hat wusste dass ich aufgenommen habe das hat dazu gegeben also er wusste dass bis zu dem zeitpunkt als er es erfahren hatte wo er dann ja angeblich dachte dass ich die kamera ausgeschaltet habe dass es bis dahin video material gab er hat mir nicht gesagt dass ich das löschen soll oder irgendwas deswegen war die aufnahme in ordnung wenn er was dagegen gehabt hätte er das dann logischerweise geäußert ich kann das beweisen ich habe die komplette aufnahme also die ungeschnittene version und da kann man sich die komplette kontrolle ansehen ich wurde nie darauf hingewiesen dass ich das ausschalten soll oder löschen soll was schon vorhanden war das heißt für die zeit bis dahin habe ich auf jeden fall das ok weil niemand einen einwand gebracht hat und für die zeit ab da oder ab der frage von seinem kollegen ob ich mich gerne filme habe ich das ok ganz klar gekriegt in form von einem doch auf meine frage ob ich das nicht dürfe jetzt zu behaupten dass ich kein ok hatte das ist meiner meinung nach absolut absurd dass ein einverständnis zu erklären ist ist auch nach der parallelwertung in der leihensphäre nachvollziehbar und eine allgemein kundliche tatsache der angeklagte selbst hat angegeben hobbymäßig journalist zu sein und sich juristisch informiert zu haben weshalb ihm kaum verborgen geblieben sein kann das für tonaufnahmen vorheriges einverständnis zu erholen ist aber auch im falle dass er eric von seiner befugnis ausging so ist dies ebenfalls ein rechtsirrtum der vermeidbar gewesen wäre durch informationen bei einem fachmann insofern liegt auch die unbefugtheit vor ja dann hören wir uns doch einfach mal die meinung eines fachmannes zu der sache an abschließend vielleicht noch die frage durfte er in der medienrechtskanzlei die polizei filmen also solche heimlichen tonaufnahmen sind eigentlich verboten wenn sie nicht öffentlich geäußert worden sind diese was der polizist hier gesagt hat war grundsätzlich nicht öffentlich geäußert worden aber hier kann man mit fug und recht sagen der polizist hat gesehen dass der gefilmt worden ist ihr habt auch am eingang meines videos gesehen er sagte film sie sich gerne und wusste daher dass er da in einer filmsituation drin ist dann kann man höchstens darüber diskutieren ob er diese aufgenommen auch veröffentlichen durfte da sage ich wahrscheinlich schon denn das ist hier ein gesellschaftliches thema und um einen gesellschaftlichen diskurs anzutreiben da durfte er es dann im rahmen der freien meinungsäußerung auch veröffentlichen zumal der polizist hier auch wenn nur ganz unscharf ganz klein mit einer maske im bild zu sehen ist also sage ich hier werden kaum persönlichkeitsrechte des polizisten verletzt drittens dem angeklagten steht auch kein rechtfertigungsgrund zur seite der verbriefte rechtfertigungsgrund des paragrafen 201 absatz 2 satz 3 stgb liegt ebenfalls nicht vor hier liegen keine überragenden öffentlichen interessen vor die ein derartiges aufnehmen der tonaufnahme rechtfertigen würden denn das ist hier ein gesellschaftliches thema der verteidiger hat vorgebracht dass es sich um ein dokument der zeitgeschichte handelt da dies ein einmaliger falle in der nachkriegsgeschichte sei dass ausgangssperren verhängt worden seien es trifft zwar zu dass die verhängungen von ausgangssperren sind sie auch nicht absolut erstmalig im nachkriegs deutschland verhängt wurden allerdings ist zur dokumentation dieses zustandes ein aufnehmen der beamten nicht notwendig diese ausgangssperre geht bereits aus der entsprechenden bayerischen verordnung die maßnahmen zum infektionsschutz flankiert hervor und braucht nicht eigens dokumentiert zu werden hier ist auch zu sehen dass die beiden polizeibeamten diese maßnahmen auch nicht zu verantworten haben sondern letztlich nur gehalten sind als polizeibeamtin maßnahmen im wege der exekutive durchzusetzen ja genau einfach alle noch so sinnlosen anweisungen befolgen zwei völlig harmlosen personen aufgrund eines verdachts auf ordnungswidrigkeit also nicht auf straftat sondern auf ordnungswidrigkeit mit extrem überhöhter geschwindigkeit hinterher rasen und damit natürlich ein erhöhtes unfallrisiko eingehen genauso muss das sein perfekt mir fällt dazu nur ein wort ein opportunitätsprinzip hier ist allerdings anzumerken dass sie in keiner weise diese maßnahmen letztlich durchgesetzt haben sondern lediglich die dokumente kontrolliert haben sie haben weder die weiterfahrt unterbunden noch etwa den angeklagten und seine frau in gewahrsam genommen sondern schlicht kontrolliert und anschließend weiterfahren lassen sie haben auch was zu erwähnen ist den provokationen des angeklagten als er gemerkt hat dass die polizei sich nicht auf diskussionen ein ließ zur frage der rechtmäßigkeit der maßnahme und begann formal auch den bayerischen ministerpräsidenten zu beleidigen sich nicht aus der ruhe bringen lassen und sich auch nicht provozieren ließen nicht einmal sind sie lauter geworden oder haben ihren tonfall oder ihre wortwahl geändert ja an der stelle bitte ich euch alle einen kurzen moment aufzustehen und in die hände zu klatschen denn bei solchen provokationen cool zu bleiben das ist schon eine richtige meisterleistung eine solche polizeikontrolle zu dokumentieren erscheint von wenig journalistischem wert ja richtig insgesamt sechs millionen klicks davon 1,4 millionen auf meinem eigenen kanal mit über 10.000 kommentaren interviews mit dem münchener merkur dem donaukurier der mittelbayerischen zeitung rt deutsch guna kaiser sowie berichte in diversen anderen zeitungen und die tatsache dass der rechtsanwalt solmecke auf seinem youtube kanal mit einem review video zu der sache bisher fast 500.000 klicks generiert hat belegen natürlich die journalistische wertlosigkeit klar abgesehen davon dass auch nicht ersichtlich ist dass der angeklagte etwa weitere situationen des täglichen lebens dokumentiert hätte etwa das verbot öffentlicher veranstaltungen oder die schließung der geschäfte was zu erwarten gewesen wäre wenn er wirklich zeitgeschichte hätte dokumentieren wollen ja richtig ich bin ja überhaupt nicht nach weiß russland gefahren um die situation vor ort zu dokumentieren und ich bin auch nicht nach finnland und tansania geflogen um da dokus zu drehen nein nein das ist alles nur ein hirngespinst gedacht ist der verbriefte rechtfertigungsgrund auch für fälle in denen ein täter ansonsten nicht nachweisen könnte dass er seinerseits opfer von straftaten wird oder wurde dies ist aber hier nicht der fall ja ob einer straftat vielleicht nicht aber einer maßnahme die ich damals als verfassungswidrig eingeordnet hatte was ja im endeffekt auch gerichtlich bestätigt wurde die verkehrskontrolle wäre auch ohne die maßnahmen möglich gewesen und durch eine mögliche verletzung der ausgangssperre eindeutig rechtmäßig hier gab es nichts zu dokumentieren was man ansonsten auf grund eigener interessen hätte sonst nicht beweisen können ja eben doch zum beispiel dass einem wegen so einer sinnlosen absolut unverhältnismäßigen verordnung die polizei tatsächlich hinterhergerast ist und man diesbezüglich kontrolliert wurde hier überwiegt die unterrichtung der öffentlichkeit und die öffentliche meinungsbildung eindeutig nicht die nachteile welche mit dem rechtsbruch für die betreffenden personen verbunden sind welche nachteile denn bitte die beiden polizeibeamten wurden von den maßnahmenbefürwortern doch ordentlich abgefeiert und von dem richter wenn ich das richtig sehe mehrfach gelobt also wovon ist hier die rede vergleich thomas fischer paragraf 201 ranz ziffer 13 b der angeklagte hat auch keine notwehr auf seiner seite man hätte zwar daran denken können dass der angeklagte der der sogenannten querdenker szene nahe steht befürchten könnte aufgrund einer gewissen popularität unangemessen behandelt zu werden ich hatte 505 abonnenten auf youtube als ich das video online gestellt habe 505 abonnenten ja da war ich höchstwahrscheinlich die allergrößte berühmtheit in der szene ja klar also mir fehlen da wirklich die worte der richter argumentiert nicht nur sau schlecht sondern er hat auch noch miserabel recherchiert und ich finde das geht gar nicht man sieht ganz klar hier ist jemand parteiisch und versucht sich das irgendwie zurecht zu biegen wenn ihr das anders seht schreibt mir das gerne in die kommentare allerdings war ersichtlich die verkehrskontrolle seitens der beamten sachlich und ohne beanstandung so dass dieser grund insbesondere nicht dafür herhalten kann im sinne des paragrafen 201 abseits 1 satz 2 des video bzw die aufnahme dritten zugänglich zu machen indem er es ins internet stellt darauf konnte er sich jedenfalls zum zeitpunkt des hochladens auf youtube nicht mehr berufen strafanträge sind auch gestellt viertens noch mal viertens die tat kann gemäß paragraf 201 stgb mit freiheitsstrafe bis zu drei jahren oder geldstrafe gehandelt werden für den angeklagten sprach dass er nicht vorgeahndet ist und letztlich den äußeren tatbestand objektiv und subjektiv eingeräumt hat gegen den angeklagten sprechen erhebliche generalpräventive erwägungen insbesondere diesbezüglich dass er das video ins netz und daher die polizeibeamten noch gewissermaßen an den digitalen pranger gestellt hat ein solches verhalten gilt es zu unterbinden auch zum schutz der polizei inwiefern hat es jetzt einen digitalen pranger ausgemacht zumal ja das offizielle narrativ ist dass die allermeisten menschen diese maßnahmen befürwortet haben also ich sehe da keine logik dennoch war eine geldstrafe noch angezeigt wobei eine solche von 75 tagessätzen schuld und tat angemessen war die tagessatz höhe war angesichts der einkommensverhältnisse auf 45 euro festzusetzen wobei auch noch werbungskosten zugunsten des angeklagten berücksichtigt wurden so was kommt nach viertens beziehungsweise fünftens genau neuntens als verurteilter trägt der angeklagte auch die kosten des verfahrens ja zu dem urteil an sich braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen das armutszeugnis spricht wohl für sich ich hoffe einfach nur dass ich in der nächsten instanz etwas mehr glück habe und einen richter zugeteilt bekomme der in der lage ist sich neutral zu positionieren und einen sinn für gerechtigkeit und verhältnismäßigkeit hat ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden was die weitere entwicklung angeht und bedanke mich für das zuschauen und sage bis zum nächsten mal